Ich glaube mit der Brille, sieht cooler aus. Leute, es ist gerade ein Spiel rausgekommen. Total Accurate Battlegrounds. Please, please start. Ja. Und tada, das ist das Spiel. Leute, können wir den anpassen? Wir können ihn einfach mal anpassen. Ich gehe einfach auf Ready und hoffe, dass da irgendwas passiert. Ich weiß nämlich nicht, was uns noch erwartet in dem Spiel. Es ist gerade frisch rausgekommen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und gönnt euch so ein Nutella-Brot. Das leckt ja mal übel. Bist du blöd? Komm mal, hier kommt einer Beatbox in der Herne. Komm her. Es gibt immer so viele asoziale Leute im Internet. Lasst doch nicht dadurch beeinflussen. Ihr bleibt ihr. Bleibt einfach so, wie ihr seid und lasst die anderen sich verändern. Bitte nimm's. Nimm's doch auf. Hab ich's jetzt aufgenommen? Wer zum Teufel beatboxt die die ganze Zeit? Oh shit. Also die Performance von dem Spiel ist grausig gut. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Really, Leute, komm schon. Ich fühl mich, als würde ich ein bisschen Silent Hill spielen. Das ist einfach voll die Lost Town und alles ist so neblig hier. What the fuck are you? Ist das die Zone? Soll das die Zone sein? What the fuck is this? What the fuck are you? Alter, ich muss hier weg. What the fuck? Leute, Alien. What the fuck? 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 Nein, die Säune wird wieder kleiner. Das bin ich. Fucking, Alter. Ich bin ein Russe. Geil. Eine MP5. Jetzt kann ich Leute rasieren. Oh ja, man. Das gefällt mir so lange. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die Performance ist nur leider sehr kacke. Ich habe einfach keine Munition für die Waffen bekommen. Doch. Ich muss nachladen. Ach du Scheiße. Danke schön, dass du mich daran erinnerst. Gehen wir doch mal nochmal eine Runde rein. I don't give a fucking shit. Ich habe einen. Ich habe zwei. Wechsel doch die Waffe. Du Specht. Und warum guckt der jetzt so komisch? Warum macht der auf Gangster, Alter? LOL. LOL. Jetzt hat sich ausgebietboxt, ne? Ich habe mich übrigens ausgezogen. Auch, weil es ist einfach viel zu warm mit diesen fucking Scheinwerfern hier. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich habe das Spiel jetzt einfach ein bisschen austesten wollen. Und performance-mäßig muss da ein bisschen was gemacht werden. Und es liegt wirklich nicht an meinem PC. Weil PUBG kann nicht abspielen. Aber PUBG anscheinend nicht. You know? Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. 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 Peace.